Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, mit dem letzten Vor-Unboxing. Eigentlich letzten, ich weiß nicht, habe ich noch was? Nö. Und das ist hier so ein richtig, richtig dickes, fettes Paket. Ihr habt ja schon, am Titel habt ihr ja schon gesehen, was das für ein Vor-Unboxing sein wird. Ihr habt das Logo gesehen der Firma und das ist von Devolo. Von dem habe ich ja schon mein, muss ich erstmal hier so vernünftig wegpacken. Ich mache mal schnell so, dann ist es ein bisschen freundlicher, wenn ihr mich seht dabei. Von dem habe ich ja mein WLAN, ach Quatsch, WLAN, bin ich bescheuert. Mein DLAN, mit D, womit ich praktisch hier mein ganzes Internet durch die Bude peitsche. Außer jetzt am Tablet, da habe ich jetzt WLAN dran. Aber vom Router geht es in DLAN rein, durch die Stromleitung, hier nach DLAN und da nach DLAN. Weil über LAN hat man nun nochmal die beste Schnittstelle, das beste Internet. Und deswegen habe ich das alles über DLAN. Und einige von euch haben zu einigen Produkten was gefragt. Ich werde jetzt erstmal wieder auspacken und dann werde ich euch was zu den einzelnen Produkten erklären. Und wie ich mir das vorgestellt habe, was damit geschehen wird in nächster Zeit. Das ist jetzt nicht einfach nur ein Unboxing, also jetzt das Vor-Unboxing, ja. Und dann wird es zu den einzelnen Sets auch ein Unboxing und ein Hardware-Video geben, wo wir uns die Hardware angucken. Der Hardware-Check, der wird hier etwas anders aussehen. Und zwar wird der so aussehen, wenn ich das alles fertig habe, dann wird es einen Hardware-Check geben. Oder besser gesagt, es wird mehrere Hardware-Checks geben. Einmal Hardware-Check zum Aufbau, wo ich dann aber nicht nur ein Produkt, wo ich dann mehrere Produkte gleichzeitig aufbauen werde in einem Video und erkläre warum und weshalb und wie man die dann verlinkt und so. Und dann wird es noch ein Video geben in Hardware-Check 2. Weil später, wenn dann alles fertig ist, weil ich kaufe mir noch einige Produkte dazu. Und dann wird es da nochmal einen Hardware-Check geben, wenn mein ganzes Netzwerk fertig ist. Beziehungsweise, wenn das, was ich jetzt habe, aufgebaut ist, da wird es sowieso nochmal in den Test kommen. Da zeige ich euch, pass auf, wenn ich das mache, passiert das. Auch eine App werde ich euch vorstellen. Also da ist noch einiges in Planung, was ich dann nach und nach abarbeiten werde. Aber nichtsdestotrotz fangen wir einfach mal an, was? Also haben wir hier einmal, achso, ich packe erstmal aus. Ich packe erstmal aus, dann seht ihr das alles. Ich stelle euch das natürlich vor. Bitte beachten. Das haben Sie auch netterweise auch wirklich komplett drin geschrieben. Was man beachten soll, dass man die App halt runterladen soll und Smartphone geht aber auch für PC und Mac. Das werde ich auf jeden Fall aufheben in dem Blatt. Dann habe ich hier noch ein Schreiben drin, was alles drin ist. Ich habe jetzt keine Brille auf, deswegen sehe ich das ganz schlecht. Na, komm doch her. Und dann werde ich hier mir erstmal das hier so auf den Fußboden stellen und da werde ich das dann drin räumen. Wir haben einmal die DEVOLO Home Control Center an sich. bestehend aus dem Home Control Center, einem Sensor, Tür-Fenster-Kontakt, Zentrale, die Zentrale ist dies, Schalter- und Messsteckdose. Das ist eine Schalter- und eine Messsteckdose. Das heißt, da ist Elektronik drin, die können wir über die App an- und ausmachen, die Steckdose. Aber wir können auch da verfolgen, wie viel Strom geht denn da durch. Um unser eigenes Stromnetz hier im Haushalt mal so ein bisschen zu kontrollieren, wo am meisten durchgeht, wo man da sparen könnte, wenn man das dann halt dauerhaft ausmacht oder nur anmacht, wenn man es braucht. Und bei dem Home Control Center, das kommt eigentlich hier ans Internet. Seht ihr das? Da. Aber, da ich ja DLAN habe, brauche ich da unten gar kein Kabel reinmachen, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe und durchgelesen habe. Ich brauche das Ding einfach nur in die Steckdose stecken und gut ist. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Zum Selbermachen, ja. Smart Home zum Selbermachen. Ja, das steht hier oben auch drauf. Ist auch wirklich warm. Wir können unser eigenes Smart Home hier selber zusammensetzen. So, dann habe ich einmal einen Home Control Rauchmelder. Den habe ich extra für uns Dampfer. Das ich euch mal zeigen kann, weil sich viele ja interessiert haben, ob der jetzt bei Dampfen auslöst oder nicht. Und selbst wenn er bei Dampfen auslöst, der ist mit der App kompatibel. Ja, da unten steht es. Ihr könnt den dann über die App an- und ausschalten. Das heißt tagsüber, wenn ihr wisst, ihr sitzt jetzt im Wohnzimmer und ihr dampft wie die Bescheuerten. Oder ihr kriegt jetzt Besuch und macht eine Skatrunde und jeder dampft. Und jeder hat die fette Dampfe mit bei und haut da Wolken mit 80, 90, 100, 150 Watt raus. Ja, dann macht er das Ding einfach aus und fertig ist. Und dann wird da nicht gepiept. Und auch zusätzlich könnt ihr über diese Smart Home, weil jedes Gerät untereinander vernetzt ist, könnt ihr sagen, wenn der auslöst, soll irgendeine Beleuchtung angehen. Das heißt halt so ein Flur halt oder was weiß ich, irgendwelche Lampen, damit ihr einen Fluchtweg habt. Die könnt ihr denn eure eigenen Szenarien praktisch dort festlegen. Dann habe ich einmal ein Home-Control-Raum-Thermostat. Dieser wird sich in meinem Wohnzimmer befinden. Den werde ich im Wohnzimmer ran machen, um die Raumtemperatur im Wohnzimmer zu überwachen. Warte mal, das mache ich mir mal beiseite. Na doch, fangen wir auf diese Seite an. Weil zu einigen Geräten muss ich euch dann noch ein bisschen was mehr sagen. Dann haben wir einen Bewegungsmelder. Nochmal extra dazu. Der, hinten steht so ja drauf auf den Bildern, der ruft auch automatisch die Polizei, kann man einstellen, oder der benachrichtigt, nee Quatsch, der benachrichtigt euch. Also wenn dann einer durchkommt, durchläuft, kriegt ihr eine SMS oder eine Nachricht, ey, da ist was, da läuft einer durch. Also das ist nicht zu verwechseln mit dem, das für Fenster und Türen, das ist was ganz anderes. Und den, der ist jetzt nicht einzeln mit bei, den werde ich mir auf jeden Fall noch ein paar Mal bestellen. Dieser Sensor reicht eigentlich einmal für mich aus. Vielleicht zweimal, den werde ich noch zweimal holen oder so. Dann haben wir eine Funksteckdose, ach Quatsch, eine Funkfernbedienung, die wir uns an Schlüssel machen können. Und damit können wir, wenn wir das Haus verlassen oder die Wohnung verlassen, auf die einzelnen Knöpfe drücken und unsere Szenarien auslösen, beziehungsweise abschalten. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Szenario einprogrammiert haben, dass immer um 15 Uhr geht die Heizung im Schlafzimmer an, dann geht sie im Wohnzimmer an, dann geht sie im Kinderzimmer an, dann geht sie Küche an oder überall gleichzeitig, je nachdem wie man sich das einstellt. Und zusätzlich soll die Kaffeemaschine angehen, weil um 15 Uhr trinke ich immer meinen Mittagskaffee. Kann man sagen, ich gehe jetzt um 13 Uhr aus Haus, sage ich hier bumm, aus und dann ist das Szenario ausgeschalten, beziehungsweise die Räte sind ausgeschalten oder was weiß ich. Die kann man sich selber programmieren, wie man will, mithilfe der App logischerweise. So. Und das ist halt dann natürlich gut, wenn man dann so mehrere Szenarien hat. Dann habe ich noch dieses. Das ist ein Raumthermostat, nicht Raumthermostat, ein Heizungsthermostat. Ja, seht ihr das? Deolo Heizungsthermostat. Damit können wir logischerweise unsere Heizung regeln. Wir können die auch über die App einstellen, dass wir in der App, ich mache mal jetzt so, sieht ein bisschen freundlicher aus, dass wir in der App sagen können, hey, pass mal auf. Was weiß ich? Ich möchte früh um 7 Uhr, wenn hier die Wecker klingeln, möchte ich, dass überall die Heizung anhält, dass ich hier vormittag ein bisschen wärmer die Bude habe als abends. So, zum Mittag hin kann es auch schön mollig sein und zum Abend hin so ein bisschen abflachen. Oder mittag abflachend, weil ich lüfte ja noch und dann zum Abend hin soll es wieder schön warm sein, dass ich hier schön in einer mollig warmen Hütte sitze. Oder ich sage, ich möchte hier konstant früh, mittag, abends im Raum immer meine 21,5 Grad, 21,6, 21 Grad haben. Und dann macht die das auch. Die stellt das dann so ein und dazu haben wir ja unseren Raumthermostat. Der sagt uns ja, den mache ich dann hier an die Wand ran und der sagt, der ist dann hiermit kompatibel. Der sagt dem, ihr rät dann, ey, pass mal auf, hier sind noch nicht 21 Grad, hier bei mir sind es, ihr fühlt es 20. Und dann sagt der Thermostat, okay, du sagst, ist noch nicht so weit, polk ich noch ein bisschen. Und dann polkt die. Und wenn der dann sagt, hier ist 21 Grad, sagt die, ist okay, dann geht in Ruhe. Dann geht die langsam runter und macht dann halt nur so viel Wärme, dass diese 21 Grad auch ständig gehalten werden. Hat natürlich, wenn wir das alles untereinander vernetzen, hat es natürlich den Vorteil, wir sparen unheimlich Strom. Ja, also ich brauche noch mehr, auf jeden Fall Steckdosen brauche ich noch, die werde ich mir noch holen. Ich werde mir noch Heizungsthermostate holen. Und wenn ich mir die dann später alle geholt habe, dann kommt auf jeden Fall nochmal ein Video, wo ich euch diese verschiedenen Dinger zeige, die ich mir geholt habe. Und dann, wenn ich wirklich meine komplette Bude umgebaut habe, werde ich euch auch zeigen, was ich mir für Szenarien eingestellt habe, wo ich was habe und warum ich das da habe. Zum Beispiel von diesem Fensterding. Das seht ihr jetzt nicht. Also was hier im Starter-Set mit bei ist, von dem Fenster-Teil. Da werde ich mir auf jeden Fall, weil eins habe ich noch, eins habe ich ja hier drinne, werde ich mir auf jeden Fall noch eins, zwei, drei, jetzt bin ich immer überlegen, wie ich mich im Schlafzimmer befestige. Entweder brauche ich im Schlafzimmer eins oder zwei. Jetzt gehen wir mal vom Zweier aus. Zwei, drei, vier, bei meiner Tochter fünf und hier wäre dann rein theoretisch sechs. Das hat den Zweck, wenn ich dann sechs habe, der funkt dann dem Heizkörper an, ey, hier ist offen und dann sagt der Heizkörper, also praktisch dieses Teil, sagt dann, ey, der hat offen, ich gehe aus. Und dann regelt die runter. Weil man will ja Energie sparen. Ich will ja nicht heizen, wenn das Fenster offen ist. Das ist ja unnützverbrauchte Energie. Und da funken die dann alle schön untereinander. Das finde ich toll. Man kann sich auch so sein Lieblingsszenario zusammenstellen, was weiß ich. Man macht so einen Bewegungssensor im Schlafzimmer ran, in der Nähe vom Bett, wo man halt, wenn man Richtung Schrank läuft, man läuft da an diesem Schrank jeden früh vorbei, setzt sich da so einen Bewegungssensor hin und wenn der merkt, bumm, da läuft jetzt einer durch, die sind auch so eingestellt, die reagieren nicht auf Tiere, die reagieren nur auf Menschen. Dann geht in der Küche die Kaffeemaschine an, weil wir haben ja so eine Steckdose dann noch da dran an der Kaffeemaschine vielleicht. Und dann geht die Kaffeemaschine an, Heizkörper im Badezimmer geht langsam ein bisschen wärmer. Und vielleicht, wenn man so Lichter hat an der Steckdose, gehen so auf dem Flur die einzelnen Lichter an oder im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer, im Schlafzimmer die Nachttischlampe geht an oder die Lampe, die am Schrank am nächsten dran steht, damit ich Licht habe beim Klamotten rausnehmen oder was weiß ich. Da ist es wirklich, da ist euch so viel gegeben, also ihr könnt da euch komplett austoben. Ich werde das mal jetzt alles wieder hier vernünftig versuchen, wieder reinzupacken. Und da wird es jetzt natürlich, ihr seht, das sind natürlich ordentlich. Das ist ein ordentlicher Satz an Produkte hier. Ich zähl mal durch, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Zu allen sechs Paketen, die jetzt hier separat drin sind, wird es ein Unboxing und ein Hardware-Video geben, wo wir uns die auspacken, gucken, was im Paket drin ist, was im Lieferumfang enthalten ist, ein Hardware-Video, wo wir uns angucken, wie die Qualität ist, wie es verarbeitet ist. Und dann wird es, wie ich euch jetzt gesagt habe, auch ein Anschluss-Video geben. Ich bin handwerklich natürlich nicht so begabt, deswegen muss ich erst mal gucken, wie ich das mit dem Heizkörper hinkriege. Da bin ich auch am überlegen, ob ich das vielleicht weglasse. Weil ich habe da so zwei linke Hände. Also Technik ist so eher mein Ding. Irgendwas mit Technik machen, irgendwas. Aber jetzt so, das wird dann alle nächste Woche kommen. Also da seht ihr ja, ist hier noch einiges, einiges kommt da noch auf euch zu. So, ich muss erst mal Papiere hier wegpacken. Dann kann ich das hier eigentlich schon auf... Ach, das kann ich hier gleich stehen lassen. Das passt ja hier ja nicht mehr rauf. Ihr habt ja gesehen, wie gesagt, da kommt einiges auf euch zu. Ich hoffe, ich mache das auch gut so, dass es euch gefällt. Ich werde die einzelnen Szenarien mit euch durchgehen. Wenn ihr da noch Fragen habt, einfach in die Videobeschreibung posten. Ach, Videobeschreibung. In die Kommentare posten. Ich werde dann, wenn ich mein komplettes Home-Control-Center aufgebaut habe und mir so ein bisschen was zusammengereimt habe und mich da ein bisschen ausgetobt habe, werde ich dann wahrscheinlich auch, wenn ihr da Interesse dran habt, auch Skype-Confies machen mit mehreren Leuten, wo wir denn mal über das Thema Energie sparen, weil ich bin ja auch hier händeringend dabei am Energie sparen, Energie sparen, Heizung sparen, wie man da sparen kann, wie die Volo uns dabei helfen kann. Da kann man so einige Szenarien ja mal durchsprechen. Was für euch sinnvoll wäre oder nicht. Wenn ihr da Interesse habt, ich stehe da gerne zur Verfügung. Vielleicht mache ich auch nochmal später dann einen separaten Hangout dazu, wo ich dann ein paar Bilder vorbereite, die ich dann einblende. Kommt schon, nächstes Paket, so wie es aussieht. Moment. Ne, das war jetzt nur ein Kumpel. Ich habe jetzt mal mein Mikrofon so in der Hand. War nur ein Kumpel, der schnell vorbeikommt. Ich möchte das Video jetzt hier auch beenden. Koffe, das Vorunboxing hat euch gefallen. Wenn ihr da noch Fragen habt, wie ihr sagt, einfach in die Kommentare posten. Wenn ihr Interesse an einem Skype-Hangout später, oder in einem Skype-Confi, oder in einem Hangout später habt, stehe ich euch gerne zur Verfügung, dass wir mal so einen Reihen-Hangout über Energie sparen machen. Ich kann euch dann sagen, was ich alles gemacht habe, um Energie zu sparen, und warum ich Energie sparen wollte, und was es mir gebracht hat. Ich werde auch mit den Devolo-Dingern, werde ich jetzt dann ab jetzt gucken, wie es ist mit meinem Heizkosten, ob es da sparen, oder ob nicht sparen ist, und wie das alles funktioniert, und ob ich dann immer noch zum Heizkörper gehen muss, oder ob das alles für mich die App macht. Das ist ja eigentlich, ich will fauler werden. Und ich will von unterwegs anschalten können, und nicht immer nur überall hinlaufen müssen. Aber das soll es jetzt euer Wesen sein. Ahoi, sagt euer Odin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017